Farbrausch heißt eine neue Batterie aus der Röder Power Edition. Ich darf sie für euch testen. Eine zweifarbige Peonin Bouquet Batterie mit Rot, Blau und Limon Popor. Auch so eine kleine 16 Schuss Batterie mit 104 Gramm NEM. Preis so um die 5 Euro. Ich werde sie jetzt testen und mal sehen wie sie so ist. Bis gleich zum Video draußen. Von der Röder die Farbrausch. Ein echt schickes Ding. Für 5 Euro. Wirklich super Teil. Bis zur nächsten Batze von Röder Feuerwerk. So Pyros weiter geht's mit der Röder Batterie aus der Power Edition. Und zwar die kleine ABO. Schöne kleine 5 Euro Batze. Wie gesagt aus der Röder Collection. Wir können uns noch mal anschauen was sie für einen Effekt hat. Abwechslend rote, blaue Sterne mit Verwandlung zu goldenen Chrysanthem. Ja schönes Teil. 16 Schuss und 4 Gramm NEM. Und ich bin gespannt auf den Test. Und wir sehen uns dann gleich draußen wieder. Bis gleich. Los geht's. Klein aber oho. Stolze 5 Euro. Damit sie nicht umkippt. Also auch wirklich krankes Teil. So 5 Euro. Mit nochmal Ausbreitung. Danke an Röder.